Ab Dezember 2018 hat der EOS Touch ein neues Display. Es wird gestartet einfach durch Berührung. Man sieht hier die Alkaline Stufe 2. Hier an dem Knopf, wenn ich hier auf 1 drücke, dann geht es auf 1, 2, 3, 4, 5 Stufen. Es gibt jetzt keine ORP Anzeige mehr, sondern nur noch eine PH Anzeige. Hier ist die Durchfluss Anzeige. Dies ist der Stand von neuen Filtern. Filter 1, 4000 Liter. Filter 2, 6000 Liter. Möchte ich auf Acidic umschalten, drücke ich die Acidic Tasse, dann bekommt das saure Wasser. Dieses hat nur 4 Stufen. 1, 2, 3, 4. Und dann haben wir noch das Purify, also das Wasser, das nicht ionisiert wird, sondern nur durch die Filter läuft. Hier entfällt natürlich die PH Anzeige, weil die dem ursprünglichen PH Wert des Leitungswassers entspricht. Kommen wir nun zu den Grundeinstellungen. Dazu drückt man die Mode-Taste und hat hier drei Felder zur Vorauswahl, nämlich die Funktionseinstellung, die Systemeinstellung und weitere Funktionen. Gehen wir zunächst zur Sprachauswahl. Dazu müssen wir auf die Systemeinstellung gehen. Und hier ist schon eingestellt German, also Deutsch. Wenn ich das jetzt verändern wollte, dann kann ich das hier auf Italienisch und dann mit Pfeil nach oben auf Russisch, auf Chinesisch, Englisch oder Koreanisch stellen. Ich stelle es aber jetzt wieder zurück auf German, also Deutsch, und darf nicht vergessen, hier auf Confirm zu drücken, also das Ganze zu bestätigen, was man auch durch diesen Quittungston hat. Als nächstes stelle ich die Zeit ein. Um die Zeit einzustellen, muss ich als erstes hier auf Setting drücken, Jahr, und das wäre jetzt 2018, stelle ich wieder zurück auf 19, dann den Monat, das wäre dann der 12. oder hier ist der Januar und hier kann ich noch den Tag einstellen, Day und dann haben wir hier der 20. Wir haben aber heute den 21. und das bestätige ich. Dann ist hier schon mal der Tag eingestellt, jetzt noch die Uhrzeit, da kann ich wählen zwischen AM und PM, also Antimeridium vormittags oder Postmeridium nach 12 Uhr mittags. Da gehe ich wieder auf Setting, jetzt ist es auf PM, wenn ich hier drücke, dann geht es auf AM, also vormittags. Wir haben aber jetzt nachmittags, deswegen gehe ich da wieder runter und dann stelle ich die Stunde ein, jetzt ist es 14.30 Uhr, also, das ist dann natürlich PM, ist es 2 Uhr und dann die Minute und dann die Minute Die Sekunden, die schenke ich mir jetzt mal, könnte ich hier noch einstellen, mach mal eine weniger. So, und jetzt wieder mit Confirm abschließen, dann habe ich das richtige, die richtige Uhrzeit auch hier oben und kann mich weiteren Einstellungen zuwenden. Wenn ich wissen will, welche Version, dieses ist die Version V00 von 2017 1.1. Wenn ich jetzt hier zum Funktionssetting zurückgehe, dann kann ich das LCD-Setting einstellen, das bedeutet, ob mir das Gerät die Zeit anzeigt, wenn es in den Stand-by-Modus zurückgeht, das ist jetzt das Licht ausgeschaltet, das wähle ich jetzt anschalten und bestätige das wieder. Jetzt wird anschließend die Zeit angezeigt werden. Hier kann ich die Lautstärke verändern, ich möchte das gerne laut haben, ich kann mir die Töne aber auch leiser machen, aber damit ich es von weit höre. Dann kann ich hier das immer confirm am Schluss und dann automatisches Cleaning, das ist auf 30 Sekunden eingestellt, das ist genau richtig, nur wenn Sie von Ihrem Händler die Anweisung bekommen, dies zu verändern, sollten Sie dies ändern. Dann können Sie hier das pH-Setting von dem Raw Water, also von dem Ausgangswasser einstellen, das ist jetzt hier auf 7,3, wir haben hier allerdings 7,4 als Ausgangsposition und das bestätigen wir wieder. Dann pH-Setting by Steps, so do not change the setting arbitrary, das heißt, man soll hier überhaupt nichts verändern, deswegen ist es auch gestoppt, genauso ist es hier bei den ORP-Werten, auch diese kann ich nicht verändern, ich sehe nur, was auf den einzelnen Stufen angezeigt wird, das hängt aber vom Eingangswasser ab und muss keine Rolle spielen. Hier haben wir noch zusätzliche Funktionen, da haben wir die Resetting-Methode, Das ist eigentlich so eine Art kurze Bedienungsanleitung, Sie sehen hier, was Sie machen müssen, wenn sich das Display mal aufgehängt hat. Hier haben wir eine kurze Darstellung, wie das Ganze montiert wird, die Sicherheitsvorkehrungen allerdings nur in englischer Sprache vorhanden, einige Aussagen über basisches Wasser, die allerdings sehr allgemein gehalten sind und genauso wozu man saures Wasser verwenden kann, das verwenden Sie am besten einfach nur zur Information, allerdings ist das viel ausführlicher in der gedruckten Bedienungsanleitung, die allerdings jetzt noch das Display ein bisschen anders zeigt, als jetzt mit dieser neuen Software, aber die Unterschiede können Sie aus diesem Video wunderbar erkennen. Und hier kommen Sie auf Main, das ist dann praktisch die zuletzt gewählte Abfüllstufe hier auf Alkaline 4, das werden Sie meistens trinken, je nach Wasserhärte auch das oder bei ganz harten Wasser werden Sie diese Stufe benötigen, um einen hohen pH-Wert zu bekommen. Das, was hier angezeigt wird, das hängt wirklich sehr stark von dem Wasser ab, und zwar von der Wasserhärte hauptsächlich und nicht von dem Eingangs-pH. Und das kann man nicht einstellen, deswegen müssen Sie das einfach nur als so einen Hinweis sehen, dass es hier die höchste basische Stufe ist, auf Stufe 5, halten Sie sich lieber an 1, 2, 3, 4, 5 und messen Sie mit Ihren Tropfen dann Ihr Wasser, was bei der jeweiligen Stufe herauskommt, dann wissen Sie Bescheid. Wichtig ist hier die Flow, also die Durchflussanzeige in Liter pro Minute und die ist ein wesentlicher Regulator neben diesen vier Stufen. Sie können nämlich, indem Sie den Durchfluss am Eingang des Geräts runterstellen, können Sie natürlich auch die Leistung erhöhen, weil das Wasser dann länger in der Elektrolysezelle verweilt. Sie sehen, es geht jetzt in den Standby-Modus und wir haben die Anzeige der korrekten Uhrzeit. zu.